Insel Kephalenja Ja, sieht sehr spartanisch aus. Aber ganz ehrlich, Leute, ich freue mich jetzt so dermaßen derbe darauf, endlich mal wieder eine weibliche Heldin spielen zu dürfen. Deswegen liebe ich auch Tomb Raider unter anderem so, weil es halt eben eine Frau ist und nicht immer irgendein langweiliger Typ. Die haben einfach viel mehr Facetten. Und dieser Flug, ja, mit dem Habicht ist es, glaube ich, ne? Ja, ich würde sagen, es ist ein Habicht. Ich kenne mich jetzt nicht so mit Vögeln aus, also mit den Tieren. Deswegen, ich würde sagen, es ist ein Habicht. Aber ein unheimlich schönes Tier. Und ein super Flug. Oh mein Gott, und hier erinnert mich total an eine Arbeitskollegin. Hey, Arschgesicht! Komm her, du! Der Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sagt einem Boss, die kann er sich in seinen... Für letzte Woche! Malaka! Ich will aber nicht wechseln. Wenn der Zyklop mich etwas lehren will, dann soll er selbst herkommen. Leg dich nicht mit dem Zyklopen an! Kann ich jetzt endlich... Ja, es wäre schön, wenn die dann auch das machen würde, was sie hier angibt. Geht doch! Der ist so süß! Danke für die Warnung! Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Föber. Es ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar! Bedien dich ruhig. Icarus. Hast du auch Hunger, Icarus? Icarus. Meinst du, Zeus würde mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Endlich! Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach, was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Ach, ich habe gerade Salami gelesen. Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also. Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut? Von welchem Geld? Weiß nicht. Wo kann ich Markus neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Boah, wie spricht dir das Wort Phoebe aus? Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Ey, ich dachte, die sind tot. Okay. Genug jetzt. Sag diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt. Schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus. Und verfütte es an meinen Vogeln. Ich treffe Markus, sobald ich angezogen bin. Okay. Ich hatte schon gehofft, dass ich jetzt nicht mit den Sachen hier durch die Gegend laufen muss. Haben wir denn hier irgendwas, was wir anziehen können? Ein sehr nützliches Geschenk von Markus an die kleine Kassandra. Aber gegen die Schläger des Zyklopens wird er mir kaum helfen. Ja, ist aber trotzdem schönes Messer. Ich lasse mich heute nicht zweimal ohne Rüstung erwischen. Und wo hast du deine Rüstung? Ach, da oben. Wie sehen dir das an? Ah. Ähm, ja. Die Taste habe ich nicht. Es ist auch nicht Select. Okay. Ah, es ist Start. Okay, gut. Da haben wir ein komplettes Menü, wo man anscheinend... Ja, das habe ich schon gehofft. Haha. Wo man nämlich ändern kann, was man haben möchte. Also hier ist ein bisschen mehr Rüstung, ein bisschen mehr Krieger. Das ist schon mal gut. Ähm. Beinah. Komm, nochmal Rüstung drauf. Sonst habe ich hier gar nichts, ja. So wie ich das sehe. Ich habe auch keinen Bogen. Beutel durchsuchen. Oh, ich habe einen zerbrochenen Bogen. Okay. Das ist schlecht. Und ich kann auf jeden Fall wieder Dinge sammeln. Das ist schon mal schön. Das kenne ich jetzt eigentlich nur von Tomb Raider. Ich habe es jetzt bei Assassin's Creed bisher noch nicht gesehen. Schauen wir mal. Moment, da hinten ist mein Ziel. So, das ist nur mal schlagen. Aber warum hat die das eben nicht angenommen? Das ist das mit dem langen Angriff. Okay, das kann ich jetzt anscheinend nicht, wenn jemand da ist. Und das ist parieren. Ja, ich habe es auf jeden Fall richtig gedrückt. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass der das eben nicht so wollte. Aber okay. Kommst du mit, Icarus? Wo bist denn du? Hattest ja ein neues Weingut gekauft. Achso, ja. Das ist klar. Da will ich ja auch hin. Oh, da steht jemand. Ich versuche nur die ganze Zeit zu scannen. In den anderen Teilen war das doch immer so, dass man es ketten konnte, oder? Entschuldigung. Ich wollte eigentlich mit dir reden. Ja, du mich auch. Kann mir irgendwas... Oh, das war ausreichend, genau. Kann mir irgendwas machen? Also, Pflanzen kann man anscheinend nicht einsammeln. Was ist das hier? Das sind Ruinen. Ah! Drachmann. Mit dir kann ich auch nicht reden. Kann ich hier vielleicht irgendwie... Ne? Also, ich scheine auch irgendwie nur laufen zu können, wenn da einer... Ah, damit, glaube ich, laufe ich höchstens noch ein bisschen schneller. Da hinten ist einer versteckt. Was macht denn der da? Warum hängst denn du da versteckt? Ich muss aber in die Richtung. Oh. Okay. Hätte ich... Hätte ich die jetzt eben doch killen sollen? Hätte ich die jetzt auch... Hätte ich auch... War da nicht nur einer? Oh, doch, ja. Da war noch... Oh, jetzt hat der mich auch noch vergiftet, der Dreckskerl. Puh, Arschloch. War das alle? Wexer. Ne, den Typen wollte ich jetzt nicht aufheben. Nein. Ach, nein. Nein. Lass den fallen. Los, lass den fallen. Lässt du ihn fallen? Ich wollte ihn eigentlich durchsuchen. Ne, nicht aufheben. Warum bin ich jetzt hier gebückt? Sind da noch andere? Ne, ne? Ich kann auch nicht mehr laufen. Die ist jetzt automatisch gebückt. Okay. Warum, weiß ich jetzt nicht. Du bist in der Nähe deines Ziels. Ah! Ich kann wirklich mit dem interagieren. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Drücken auch nicht. Doch, Markierung setzen. Beschleunigen. Da hinten sind Fragezeichen. Das kommt mir auch irgendwie noch bekannt vor. Achso, beschleunigen es unten. Okay. Das Ausrufezeichen dürfte da mal ein Ziel sein. Oh. Okay, ich kann ihn auch fliegen. Allerdings mit umgekehrter Steuerung. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Muss ich mal gucken, ob ich das ändern kann. So, das dürfte dann das Weingut sein hier vorne. Das sieht gut aus. Wie kann ich denn jetzt so rückrufen? Achso, mit B abbrechen. Okay. So. Jetzt weiß ich gar nicht, in welche Richtung der Vogel jetzt geflogen ist. Moment. In die Richtung, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich das markiert. Aber warum ist sie jetzt so vorsichtig? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Was habe ich da? Achso, Oliven. Ah, okay. Also, ich habe zwar keine Ahnung, was man jetzt genau nehmen kann. Aber man kann auf jeden Fall Sachen einsammeln. Also, es scheint auf jeden Fall so zu sein, wie bei Tomb Raider. Ich muss es gestehen, ich habe mich im Vorfeld zwar ein bisschen informiert, ob mir das Spiel gefallen würde oder nicht. Und wie so ein bisschen das Gameplay ist. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an, ja. Greift die mich jetzt an? Nee, oder? Aber ich habe bei keinen von denen jetzt gesehen, dass man hier irgendwas einsammeln konnte. Wahrscheinlich haben die schon alles voll gehabt. So, es ist jetzt natürlich blöd, wenn sie jetzt noch nicht mal läuft. Dauert das natürlich jetzt unheimlich lange, bis wir da sind. Ich weiß jetzt auch nicht. Entschuldigung, ich bin immer noch total krank eigentlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir jetzt hier, ähm, ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt Tiere angreifen müssen. Na, ich denke mal, wir brauchen ja auch noch Leder oder so später. Es wäre auch schön, wenn wir irgendwie ein Reittier haben würden. Oh, da ist was. Es ist nur blöd, dass man hier nicht, oder kann man die Gegend abscannen durch den Vogel. Das wäre natürlich cool. Man zeigt ja mir jetzt an, dass ich unten links hin muss, obwohl ich oben rechts hin muss. Da kann ich nichts mehr machen, okay. Wir laufen mal einfach hier durch die Büsche. Machen alles kaputt. Immerhin macht er das Ganze mit meinem Geld. Guten Tag. Ich führe nichts Böses im Schilde. Ich bin nur, ich bin immer so gebückt. Ich hab's im Rücken. Ist das was? Ne. Was blöd ist, ich weiß nicht, worauf ich achten soll, um was einzusammeln. Doch da leuchtet grad was. Okay, das hat geleuchtet. Doch, Moment. Jetzt kann ich's doch nehmen, hä? Hallo. So. Das ist jetzt meine Markierung. Jetzt hab ich natürlich diesen Typen hier markiert. Guten Tag. Seltenerin. Frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalinia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalinia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Ich weiß, was du meinst. Warte. Creusa. Meinst du, sie könnte uns helfen? Ich glaube schon. Aha. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldnerin? Äh. Äh. Ich sag mal einfach, ich hab vor nichts Angst. Oder? Ja, ich mach mal einfach. Habt ihr ihre Zähne gesehen? Ach, glaub mir, das haben wir. Und wir möchten sie wirklich nicht nochmal sehen. Dieser Hai versperrt uns den einzig sicheren Weg, Kefalinia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalinia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ja, ich könnte sie auch selbst behalten. Ich weiß, wie es ist, wenn man Kefalinia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Nun gut, ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Krané im Süden. Jeder vergrabene Schatz hat eine Geschichte. Die Kette soll einst Progress gehört haben. Du weißt schon, der Frau von Kefalos. Am Abend vor ihrer Hochzeit gab er sie ihr mit dem Versprechen ewiger Treue. Tja, wir wissen, wie das geendet ist. Typisch. Wenigstens kehrte er vor ihrem Tour zu Progress zurück. Wo auf dieser Insel sind die Ruinen? Kennst du die versumpene Insel des Zeus? Finde sie. Dann findest du die Ruin. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Okay, ja, kein Thema. Nehmen wir mal an. Aber werden wir jetzt auf jeden Fall noch nicht verfolgen. Die Frage ist jetzt nur... Ich muss doch den Typen jetzt hier erspähen. Also hier ist auf jeden Fall das Weingut. Aber... Dieser Typ, den ich verfolge, der ist gar nicht da. Oder wie sehe ich das jetzt? Hier hinten ist noch was. Oder ist der das eventuell? Nee, das ist irgendwie... Sind das Banditen? Das sieht jetzt so aus wie die Leute, gegen die ich eben gekämpft habe. Hm. Aber ich dachte eigentlich, ich bin jetzt hier. Er befindet sich auf der Südseite des Berges Enos. Enos ist doch der links von mir, nehme ich mal an. Ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen durch. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie der Typ aussieht. Entschuldigung. Ja, ich bin noch nicht ganz so geübt, da drin stehen zu bleiben oder langsam zu gehen. Ich weiß auch nicht... Nee, so kann ich... Okay, so kann ich definitiv nicht langsam gehen. So auch nicht. Nein. Da bin ich aber reingekommen. Entschuldigung. Ich kann hiermit wirklich nicht langsam laufen. Es tut mir leid. Ich habe ja schon alle Tasten gedrückt, aber dann fängt jemand an, hier rum zu prügeln. So, ich könnte jetzt zum Hai gehen. Das möchte ich aber nicht machen. Ich möchte mit den Leuten reden. Moment, da unten ist noch... Ist auf dem Haus. Guten Tag. Können wir mit euch reden? Nee, ne? Kann ich die Hühner killen vielleicht? Ja, genau. Finde ich auch. Finde ich auch für. Ich habe jetzt hier gerade so überhaupt gar keine Orientierung. Ich habe zwar hier oben die Markierung und ich dachte eigentlich, dass hier dieses Weingutseins... Da ist ein Hund drauf. Och, ist das süß. Leute, wisst ihr, wo dieses... Also, das Weingut habe ich ja, aber wisst ihr, wo dieser komische Knilch ist? Hallo? Das Weingut ist doch hier. Da müsste er doch normalerweise auch irgendwo hier sein. Ich schätze mal, das, was mir jetzt da hinten angezeigt wird, das ist wahrscheinlich jetzt die Quest, oder? Ah! Ha! Was denn? Was willst du jetzt von mir? Guck mich nicht so doof an. Das war jetzt gerade ein Tarnmodus, glaube ich, wo ich gerade hingelaufen bin. Aber hier ist doch eindeutig dieses Weingut. Und das fängt doch auch hier an. Also muss dieser Typ doch auch hier irgendwo wohnen. Da ist was mit 115 Metern. Hat der da vielleicht irgendwie sein Haus, oder so? Oh, verstecktes Zyklopen. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Aber zum verstecktes Zyklopen wollen wir ja eigentlich gar nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal woanders hin. Weil ich möchte schon gerne natürlich der Hauptstory erstmal folgen. Wenn das aber natürlich so blöd gemacht ist. Moment. Ich kann hier... Das ist mein Inventar. Hauptmenü. Oh, schnell speichern kann ich auch. Ja, machen wir das mal einfach. Nutzen wir das einfach mal aus. Ähm, detaillierte Werte. Und auf dem anderen war eine Karte. So. So fängt es an. Ach, der Kerl ist rechts von mir. Äh, okay. Also von da, wo ich jetzt stehe, nach rechts. Dann ist es doch das mit den 300 Metern. Aber hier ist doch das Weingut. Das ist irgendwie ein bisschen irreführend. Ja, dann müssen wir halt die 300 Meter wieder zu Fuß laufen. Mal schauen, ob das dann wirklich unser Ziel ist. Ich bin jetzt aber richtig, ne? Ja, ist die... Nein, ich wollte rausgehen. Das ist auf jeden Fall die Richtung. Hallo, Herr Steinbock. Oh, hat die mich jetzt erschreckt. Also wenn ich irgendwo Leute am Wegesrand sehe, weiß ich auf jeden Fall, dass sie vermutlich auf mich warten. Nee, ich brauche meinen... Ich vermute mal, äh, Falken nicht. Oder? Ah, vielleicht sollte ich den doch mal rufen. Das sieht ja alles ein bisschen seltsam aus. Ach, Moment. Ach, zeigt der das Ziel an? Ah. Das heißt, der ist gar nicht hier, wo ich eigentlich hin muss. Sondern der zeigt mir jetzt an, wo ich tatsächlich hin muss. Hat das jetzt einer verstanden, was ich damit meinte? Äh. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. Wo bin ich denn? Wo ist er denn? Ist das der hier? Ah, Markus Zivilist. Okay, gut. Weil der jetzt leider das andere eben markiert hatte. So. Das? Was ist das? Das ist wahrscheinlich die Sache mit dem Hai, nehme ich mal an. Aber wir müssen jetzt in die markierte Richtung da hinten. Ja, geh mir aus dem Weg. Ich brauche dein Fleisch heute nicht. Hoffe ich zumindest. Ich habe noch nichts gegessen. Ich weiß... Was war das? Was war das? Irgendwas hat mich jetzt hier gerade anscheinend abgefuckt, dass sie da... Nee, stehlen will ich nicht. Ich bin ja eine Söldnerin, aber ich bin ja keine Diebin. So, Junge. Ja. Ja. Wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jede einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück? Kassandra, den Göttern sei Dank. Vöbel war rechtzeitig bei dir. Der will mir was über Trauben erzählen. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus. Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein. Und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Bitte, Markus. Du wirst es versauen, so wie du alles andere auch versaust. Du kannst mich nicht in Trauben bezahlen. Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich! Na ja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, meine Beste, sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, meine Beste. Wer ist dieser Händler? Duris. Du kennst Duris. Ein netter Kerl. Duris? Wie dumm kann man denn sein? Hör auf, ihm Geld zu geben. Er zahlt es mir immer zurück. Aber nur, wenn ich ihm drohe. Ganz genau. Alle gewinnen. Duris kriegt sein Geld, ich kriege meine Zinsen und du hast was zu tun. Gephalenia ist traumhaft, nicht wahr? Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut, aber ich nehme ein Pferd. Sie ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... Siehe es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, meine Beste, natürlich. Such dir eins aus. Hm. Erzähl mir von dem da. Ah, Skyros. Du hast ein gutes Auge, meine Beste. Dieses Pferd überquert Gewerkspässe wie eine Ziege. Das in der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Die sind für ihren Mut berühmt. Ah, mir gefällt das Rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Neh, nehme ich jetzt das für das Gebirge? Das, was Mut hat? Oder das Schlachtross? Schlachtross ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Allerdings, ich bin gut. Es hört sich eigentlich alles gut an. Wobei natürlich das, was das Gebirge überquert, nicht schlecht ist. Eigentlich ist alles gleich toll. Deswegen nehme ich jetzt mal einfach der Optik halber, würde ich sagen, das Rechte. Ah, mir gefällt das Rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Ja, das sagt er bereits. Ach so, okay. Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Das da. Das Rechte. Ähm, ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Marcos. Alle gewinnen. Besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran. Triff mich am Tempel in Sami, wenn du, ähm, dein Geld von du ist. Phobos und Dainas? Ah, Euterpe. Es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phobo wurde entführt. Von wem? Lakaien des Zyklopens. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Doris, Kassandra. Na los. Ja, wenn ich das so überlege, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich doch lieber eins der anderen beiden Pferde genommen. Das Pferd sieht irgendwie doch ein bisschen älter und dreckiger aus, als es im Stall aussah. Ähm, das Schwarze hätte mir jetzt sehr gut gefallen, aber so ein richtiges Schwarz, das hätte mir noch besser gefallen. Ich würde allerdings sagen, dass wir jetzt hiermit erstmal die Episode beenden und dass wir uns dann mit dem Banditenlager in der nächsten Episode rumschlagen. Bis dann, ciao.